Und Hallöschön Freunde! Willkommen zu einer kleinen Information bzw. zu einem kurzen Vlog und zwar wollte ich nochmal Dankeschön sagen an 651 bzw. 650 Abonnenten auf meinem Nightcall Kanal. Ich freue mich, dass ich euch gute Lieder bringe. Ich habe momentan das letzte Video für jetzt hochgeladen bzw. vor drei Stunden. Ich weiß nicht, wann ich nochmal welche mache bzw. wann ich die Zeit finde, um noch welche zu machen. Vielleicht werde ich heute noch was machen. Keine Ahnung, wo ich gucken muss. Es gibt ja dann viel zu bearbeiten und raba raba. Ja, 650 Abonnenten. Ich tappe mich so langsam meine 700 an und dann sind es nur noch 300 bis zu meinem Jahresziel, 1000 Abonnenten zu bekommen. Ich hoffe, das schaffen wir zusammen, meine Community. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an euch. Und wenn ihr irgendwie Bock habt, Let's Plays zu gucken, könnt ihr auf meinen Let's Play Kanal zurückschauen. Benny Play heißt mein Let's Play Kanal. Die Verlinkung ist auf meinem Kanal, Profilkanal, auf meiner Startseite auch gegeben. LP Kanal von mir steht dann rechts. Benny Play einfach eingeben bzw. vielleicht draufklicken oder oben in der Suchleiste eingeben, Benny Play. Dann seht ihr auch schon meinen Let's Play Kanal. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch da vorbeischauen. Ansonsten auf jeden Fall auf weitere gute Zusammenarbeit und ich würde mich freuen, wenn ihr halt einfach meinen Kanal teilt oder wenn ihr ein Abo da lasst bzw. wenn ihr Likes da lasst. Das hilft mir auf jeden Fall sehr gerne. Dann weiß ich auch Bescheid, ob ihr das mögt oder nicht. Das machen ja einige unter einigen Videos. Ja, das war so eine kleine Information bzw. Dankeschön für 650 Abonnenten. Es hat ein bisschen gedauert, bis die 650 Abonnenten tatsächlich angereicht waren, aber ich habe mir gedacht, jetzt kommt wieder so eine kleine Welle und hat ja nicht lange gedauert. Und dann waren sie da. Ja, wie gesagt. Dankeschön an 650 Abonnenten. Ich sage tschüss, schau dran und wiedersehen. Euer Benny Play. Bis zum nächsten Mal. Qua.